Ich bin hier der Braumbuster. Was wollt ihr? Sehr schön. Nein! Das will ich doch nicht. Genau. Ja. Klappt. Wunderbar. Mann! Wieso? Gibt's doch nicht. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich muss unbedingt mal gucken, wie weit ich das schon gebracht habe. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. So, dann gucken wir mal kurz. Ja. Wir servieren hier. Es ist eine erst letzte Woche habe ich zu meinem Aber. Also passt das. Ich bin schon. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Es ist eine erst letzte Woche habe ich zu meinem Aber. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Es ist eine erst letzte Woche habe ich zu meinem Aber. Ah. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Aber das wäre eigentlich schlimm gewesen, wenn ich überreden, ich bis zu meinem Aber. Also hör zu. Ich bin schon. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Also hör zu. Ich bin schon die. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rift. Eins. Zwei. Na komm. Drei. Theoretisch brauchen wir hier fünf was oder so. Vier. Fünf. Ah, dann doch sechsmal. Oh, das sieht man wirklich. Ah, sechsmal. Einmal. So. Das war glaube ich schon das zweite Mal. Das wäre dann das dritte Mal. Meine Ehe-Taste funktioniert dann bestimmt nicht mehr. Viermal. Oh. So, und jetzt noch der letzte Punkt. Hey. Einmal. Zweimal. Geil. Viermal. Fünfmal Ach, endlich So War ja ganz einfach Ähm, ja was nehmen wir mal Ausdauer wollte ich ja wirklich hochbekommen So, genau 260 Noch viermal Ausdauer Und dann Wird Magiker hochgemacht Gut, was mach ich denn jetzt mit den beiden Punkten? Ja, ne 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 Kriegt mir jetzt auch nicht, wenn ich hier was verbessere Hier brauch ich echt noch einen Punkt, ey Ich hasse Zerstörung, das dauert ewig Ähm Oder lieber doch Schmiedekunst Jawohl Schmiedekunst brauch ich erst hoch zu machen, wenn ich Schwere Rüstung hoch hab Beziehungsweise das hier Ja, ja genau So, dann nimm mal Feuerverzauberer Zack Flammen Frostverzauberer Obwohl ich brauch eigentlich Nur Feuer Ich hab nämlich so eine Idee Wenn ich nur wirklich auf die Krasse Idee komme und Vampir mache, dann Könnte ich das ja tun So, ne Ähm Redekunst Zack Ich brauch diesen 1000 Gold Anders Schafft man es manchmal echt nicht Willkommen Werft einen Blick drauf Schau mal gleich mal hier Ne Kommt zurück und schaut mal Okay, also der hat auf alle Fälle keine von diesen 1000 Gold Yeah Okay So, ähm Wir machen jetzt erstmal kurz hier eine kleine Pause Wieder undriften Haben ja hier angefangen Hier war doch beendet Könnten ja vielleicht Ne, mit dem nicht Mit der können wir mal kurz reden Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt Und dabei dennoch schnell an den Beinen bleibt Null Prozent Na, klasse Soll ich denn da bitte an das Geld rankommen? Lässt mich in Ruhe Ähm Escape Laden Hab ich denn Oder hier Moment Tab Ne Genau Hier habe ich das letzte Mal Gespeichert Ja, genau hier Jetzt wird mir ein bisschen leichte Rüstung verbessert Legt euch lieber hin So Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt Und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt Wow So Fünf Okay, machen wir mal noch ein bisschen Skill Training Gut Hätten wir das jetzt mal gepackt Wollt ihr etwas kaufen? Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt Und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt Okay So Na, immerhin Pascht Oh Mann, das hätte beinahe schief gehen können Wollt ihr euch den ganzen Tag nur um? Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt Und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt So, speichern Und zack Oh Mann Das sind schöne 58% Los, ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt Und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt Zack Elender Dieb So, das waren die falschen 54% Ähm, ne, die falschen sind 6% Egal Er hat wieder geklappt Ihr braucht etwas Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützt könnt Und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt Man muss das System verstehen Ansonsten Ey, und ich habe wieder Kohle Schön Ähm, Beinliebe rückwunden immer, so brauche ich eigentlich nicht Sie würden euch selbst das letzte bisschen Essen rauben Der Rattenweg ist zu gut für diesen Abschauen Schön Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt Das, was ihr hier seht Und was ist das? Normaler Eisenzweihänder Nein, 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 nein Nein, Ausdauer können wir schon Illusionszauber können wir auch schon Und Tragfähigkeit können wir auch schon Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen Grüße, gestern euch Das, was ihr hier seht Und was hat er denn? Ist hier irgendwas Nee, nichts Bisschen anderes Passt auf Oh Schönes Zeug Auf, Landläufer Okay, 5 Oh Nein, nee Ich brauche den jetzt nicht zwingend zu bestehlen Oh Bitte Oh, vielen Dank Yeah Ich hab's doch Die Stimme kenne ich doch Woher kenne ich diese Stimme aus Hat er die Kaufvereinbarung schon nach Kart gebracht? Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab Er sorgt sich zu sehr um Rifturnen und kümmert sich nicht genug um sich Azuras Alles, was ich in der Auslage habe Mal gucken, was der so hat Ne Waffe, die nix bringt Und der Rest bringt auch nicht Das, was ihr hier seht Vielleicht hat er sonstige Sachen Schöne, sonst wie gesagt Nö Naja Nehmen wir gleich alle Äh Ah, 609 Interessant Ja, hier wird die leichte Rüstungstussi Gut Okay Speichern wir erstmal Neun Spielstern Okay Ja Hier machen wir erstmal kurz eine kleine Pause Danach werden hier nochmal Quests gemacht Und ja Ich freue mich schon drauf Bis dann